Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Callisto Protocol. Wir haben den Aufzug benutzt. Das war eine schwere Geburt, den zu finden. Also zumindest den zu aktivieren, meine ich. Und zu finden auch noch. Moment, da gucken wir auch kurz rein. Yannick Sage. Was ich gefunden habe, das könnte der Schlüssel zu allem sein. Ich muss Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Schade, uns ist hier scheinbar der Geheimraum 2. Das ist uns entgangen. Da haben wir eine Audioaufnahme verpasst. Schade. Aber man weiß ja immer nicht, wo es weitergeht und wo nicht, leider. Hm, was ist das hier? Was, what the fuck? Das kann ich nicht. Oh, gut. Was ist das denn? Oh, oh. Ist das noch das da hinter der Tür? Ja, ne? Ah, da. Auch noch. Tschüss. Kommt der wieder? Das ist der hier, glaube ich. Ach, der kommt auch wieder. Okay. Das war da gar nicht so tief. Okay, ich würde es gerne probieren. Ehrlich gesagt. Ähm, das war es schon? Nur einmal mit dem Ding schubsen hat gereicht? Okay. Das würde ich mir jetzt schwerer vorgestellt, ehrlich gesagt. Der sah so mächtig, also so riesig aus. Als würde er ganz viel einstecken, aber gut. Einmal mit dem Handschuh in die Fresse hat gereicht. Gut. Wieder weggeflogen ist. Schön. Oh, ja. GAP. Na gut. So viel gab es jetzt nicht, aber hey. So schwer war er am Ende ja auch gar nicht. Hm, jetzt müssen wir mal überlegen. Gucken wir erstmal hier rein. Oh ja. Die sind ja aber auch alle mit dem Ding. Hier ist nichts. Okay. Viel haben die ja alle nicht. Hightown. Vor allem war man mit Town, jetzt sind wir in Hightown. Oder kommen zu Hightown. Nö. Oh, Entschuldigung. Schleller, schneller. Überlebt. Also, okay. Okay, da war ein Loch. Gut. Wenn ich mich nicht mit den anlegen muss, dann lass ich es lieber. Da hinten an die Granate kam ich gerade nicht ran. Ähm, sehr viele Häuser. Okay. Nochmal eine Aufnahme. Ui, du wett wog. Die UJC versammelt alle auf dem Hightown Square, um sie dort zu impfen. Endlich kommen wir hier raus. Ja. Ja. Die Impfung, war das vielleicht, ähm, ja, das, womit alles begann? Langsam verschließt sich hier was. War wieder heiß geschlossen quasi? Das ist doch schon so ein bisschen verwirrend hier. Ich will ungern was verpassen, aber womöglich werden wir das unweigerlich. Warte, ich hab' ich ja gerade außen. Okay. Du warst die Audioaufnahme. Hooftab, Barfum. Was macht der denn da mit seiner Hand die ganze Zeit? Wir sehen, sehen sie wieder nix. Ja. Aber das ist cool, ne? Also es hat so ein bisschen hier gerade, ähm, Feeling von so die Banditenlager von Fallout, muss ich gerade so ein bisschen dran denken, die so zusammengezimmert sind aus Holz und Metallreste und so. Ich hab' gerade ihren Namen vergessen, was sehr blamabel ist, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Sicherung erforderlich. Okay, wir brauchen eine Sicherung. Die muss irgendwo sein. Können wir da hinten? Ah. Oh, alle! Ja, schien wir doch in jedem Fall. Okay. Dann kommt doch mal der 3D-Drucker, das gibt's noch nicht. Oh, was war das denn? Ach, die Scheiße. Lass mich mal runter. Oh Gott. Und einer spuckt da hinten. Ich hätte gerne die Sachen hier. Genau, die ganze Muni ist schön. Okay, ist jetzt ruhig. Alle tot? Okay. Dann. Wie geht's denn? Hallo? Das hat wohl die Stücke halt. Ja, ich schieße lieber. Er hat nicht mehr so viel Leben, das wollte ich jetzt nicht erst kennen. Die sind blockiert. Oh, Scheiße. Womit du mir? Nein, ich kann gar nicht schießen. Nee. Oh nein! Das gibt's doch nicht. Oh nein. War es gespeichert? Na gut, wir müssen einfach irgendwann sterben. Oh bitte, gnädiger Speicherpunkt. Bitte, bitte. Na komm. Okay, wir haben die Sicherung. Womit schiefst du? Warum schiefst du? Häh? Huh? Ah, Speicherpunkt war jetzt nur okay. Und da kommt gleich der Nächste, ne? Oh, von hinten? Oh Gott. Hm, hm. Explosierender. Oh, danke. Ich sehe nichts. Ja, Leben. Oh, schön. Der Explodierende hatte dann nichts, okay. Schade. So, hier kam da auch nochmal einer gleich. Dort und weg. Was ist denn? Wann ist das jetzt? Versuch ich da irgendwas von hinten? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ah, da war einer von hinten. Lass mich. Oh, keine Muni. Und da schießt er auch schon wieder. Oh nein, das läuft nicht gut. Ich konnte nichts machen. Also ich kann weder schießen, noch irgendwas gerade. Den hat er gerade nachgeladen, war gerade in der Nachlade-Animation. Konnte ich natürlich auch nicht ausweichen. Ah, das ist ja eine richtig scheiß Stelle hier. Vor allem ohne GRP. Das ist gerade echt du. Ich muss das wohl doch so regeln. Ich muss ein bisschen geduldiger hier in der Stelle sein. Ich darf meine Muni wirklich nur verschießen, wenn es gerade möglich ist. Oh, ernsthaft? Warum pressen immer so viel? Ich meine, war das Haus, vielleicht kommt der denn gar nicht. Ich glaube, dich möchte ich nämlich nicht bei mir explodieren. Okay, immerhin haben wir ein paar wegbekommen. Das da würde ich gerne mitnehmen, wenn es geht. Warte mal, wir machen das so. Kriegst du hier rum? Okay. Wo war der jetzt hier? Wir sehen ihn nicht. Hä? Wir sehen nicht. Ich renne mal weg. Okay. Und noch einer spuckt von da oben irgendwo. Ah, da. Okay, jetzt ist alle. Ich stehe mal dran. Der wird natürlich auch nicht tot. Okay. So, hast du noch was? Geld brauche ich jetzt irgendwie gar nicht. Alles andere wäre mir lieber gewesen. Ja, das da zum Beispiel. So, speichern wäre mal schön. Das war jetzt echt anstrengend. Wenn jetzt noch einer kommt, dann schaffen wir es vielleicht nicht. Okay. Uuh. Es war vorhin blockiert. Ich war noch nicht fertig mit dem Kämpfen und da hat er es einfach blockiert, weil ich die Gegner irgendwie noch nicht fertig hatte scheinbar. Aber ganz komisch. Gegenstand auswählen. Gegenstand auswählen. Ja. Ah, endlich. So, zunächst verkaufen wir natürlich. Oh, die bringen... Oh. Oh, da verwöhnen sie uns jetzt aber mit den Kosten hier. Mit den Preisen. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal hier Sachen maxen, oder? Schadens-Upgrade. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Die UJC bedankt sich für die Produktivität. Da kriegen wir auch nichts anderes. Also, das bleibt ja auch unsere Nackernwaffe. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Hm. Mal kurz. Was war das hier? Ja, die Wahrscheinlichkeit eines gezählten Genicksbruchs nach einem Kombo-Abschluss. Ich mache ja keine Kombos, weil ich nicht weiß, wie die gehen. Hm. Jetzt können wir das hier noch machen und einen richtig schönen Schadens-Boost kriegen. Das geht auch. Ja. Oder hier. Ach nee, die ist zu teuer. Okay, die sind zu teuer tatsächlich. Was kostet der? Das ist nach Toto. Das können wir uns auch nicht mehr leisten. Na gut. Hm. Hier wahrscheinlich auch nichts. Alles zu teuer. Okay. Vielleicht finden wir ja noch mal ein paar tolle Sachen, die was wert sind. Mal schauen. So, was hast du zu sagen? Schick, komm, pack. Pack? Entschuldigung. Vom Beruf ist er Wachraum. Das war auch schon immer mein Traum mal. Wachraum werden. Naja. Leider nicht geklappt. Manchmal rede ich aber auch ein bisschen Stutz. Ich glaube, das ist okay. Ja. Geh mal weg. Das ist mir auch lieber. Ich weiß nicht, warum die so dämlich sind und sich selbst in den Tod stoßen, aber gut. Gut. Ja, den 3D-Drucker werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr erreichen. So wie ich das hier sehe. Schade. Es war nett, dass sie uns noch mal so viel Geld geschenkt haben. Ihr Mann ist die Nahkampfwaffe jetzt gar nicht mal schlecht. Oh. Ähm. Okay. Hi. Was machst du da? Hab ich euch bei irgendwas gestört? Ähm, ich... Ich geh nicht. Ihr zwingt mich nicht. Ihr habt sie getötet. Hey, lass mich. Was ist denn los mit der Oma? Ja. Typisch Frauen. Hat man nur Probleme. Hätten wir lieber zu Hause lassen sollen. Was ist denn los mit der Oma? Was ist denn los mit der Oma? Was ist passiert? Tut mir leid. Ich wollte dich beschützen. Das hast du nicht verdient. Kannst du lauter reden? Hey, Danny. Fass mich nicht an. Na, jetzt so. Okay. Hey, schon gut. Entschuldige. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Arcus, Black Iron, Europa. Da kommt was. Ähm. Nicht schon wieder so rein. Nein. Ich will hier nicht nochmal. Der war so doof. Der hat so lange gebraucht. Und ich weiß nicht, ob ich genug Muni habe, ehrlich gesagt. Und das ist auch so engen Raum hier. Ach du Scheiße. So, wir machen. Okay, wir können die Räume nutzen. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Gucken ein bisschen rum. Okay, wir kriegen noch ein bisschen Muni. Okay, aber das ist nett gemacht. Oh nein, ich brauche eine auch noch. Wir haben jetzt gar keine Zeit. Nein, spring! Oh, du Idiot! Dieser Idiot! Was ist denn los mit dir? Das ist ja nur Scheiße gewesen. Muss ich bitte eins haben? Oh. Oh. Also perfekt am Fenster stehen muss, damit er da überhaupt durchspürt. Ich würde ihn wieder in den Raum locken. In den starre Raum. Wenn ich ihn finde. Das ist auch so eine andere Sache. Ich glaube, da ist er. Und hier. So. So. Nicht. Der stand davor, ich konnte das GRP nicht benutzen auf den anderen. Wollte er gerade zumindest nicht gut machen. Das ist gut. So, ich würde nochmal dahin. Ich würde es nochmal versuchen. Ich habe mich getroffen, aber es ist okay. Oh. Hat er mich echt erwischt? Scheiße. Oh, es lief so gut. Ich hätte nicht an ihm vorbeirennen sollen. Ich hätte nochmal umgucken sollen. Ach, der ist echt hart. Er hat zwei Treffer, glaube ich. Und man ist auch weg. Ist egal, was man macht. Okay. Aber jetzt wissen wir zumindest. Hier sind Kisten. Hier sind andere Viecher, die noch kommen. Wir wissen auch, wo sie sich reinhauen. Und wir wissen, dass Fensterklettern echt schwierig ist. Und wir wissen, dass Fensterklettern ist. Und wir haben da eine mitgegeben. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Scheiße. Ich komme nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich wusste gar nicht, wo was ist. Ach. Okay, das ist echt hart. Also, mit den Kleinen. Die stehen einem halt im Weg, ne? Man kommt nicht dran vorbei. Der hat mich gerade komplett im Weg blockiert, leider. Ja, und wenn er erst mal irgendwo gegenläuft, dann kann er gar nicht mehr machen. Vielleicht gebe ich mir das Granatending lieber auf. Wenn der da ist. Also, auch der Kleine. Sollte ich generell einfach nur hier im Kreis laufen. Und sonst nirgendwo. Solange ich keine Muni brauche. AP. So, jetzt gucken wir mal. Ist der Kleine? Der ist nicht da. Ah, das war zu nah. Nein. Da sind wir mitgestorben. Oh Mann. So nah war der doch gar nicht. Auch immer so lange vor alles. Ja, da ist der erste Kleine. Wo hast du es noch vor? Ich glaube, es hat sich für ihn verschwendet. Ist egal. Ist okay. Ich glaube, es ist wieder ein Kleiner aufgewacht. Ich renne doch mal schneller. Okay, nee. Ich krabbe schon anders hin. Gut, dass er rennen kann beim Nachladen. Na, da bin ich echt dankbar. Das wäre sonst echt hart. Ich renne nur noch jedenfalls. Muni wird langsam schnädig. Hat er daneben geschossen? Boah, jetzt ist er aber auch mal gut. Also ganz ehrlich. Wie viel frisst der denn? Ob noch irgendwo eine andere Granate rumliegt? Nee, einfach noch nicht. Aber jetzt muss ich leider irgendwo gucken. Gegen eine Kiste. Hier zum Beispiel. Oh nein, da hat er gerade. Das ist verpasst. Und jetzt habe ich keine Muni. Warte. Okay. So, jetzt wird das mal weg einfach. Ja. Oh Gott. Oh Mist, wie ich, ey. Oh, der ist viel wert. Das ist ja schön, dass es dir gut geht. Du hättest auch mitkämpfen können. Das wäre ja noch viel schöner gewesen. Na, warte mal. Hier ist mal ein Loot. Ich wusste nicht, dass man Erinnerungen so übertragen kann. Diese Implantate sind mit dem Gehirn verbunden. Es ist wie das Kopieren von Dateien. Die UJC zwang alle Minenarbeiter, eine frühe Version des Chords zu tragen. Wie war das? Komisch. Als wäre ich zwei Personen gleichzeitig. Ich konnte sie wirklich verstehen. Das ist ganz toll. Was schön ist, also das ist jetzt ja wirklich ein Lootfest vom Feinsten. Wenn man nicht alles verbraucht hat. Okay. Ich glaube, ich bin einmal rum. Ich dürfte jetzt das meiste haben. Okay. Okay. Die sind schon so hart, ne? Also, wenn da noch ein richtiger Endkampf kommt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Wir sind schon am folgenden Ende. Extrem. Ähm, gut Leute. Dann würde ich hier mal Schluss machen. Ich gehe gleich, ich mache gleich Hauptmenü an, damit ihr nichts macht. Oder auch nicht. Moment. Damit konnte jetzt keiner rechnen. Ist ja erst 20 Mal an diesem Spiel passiert. Schon wieder. Schon wieder Scheißeier. Oh nö. Okay. Ja. Ja. Der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kolonie. Okay. Geht weiter. Wir treffen uns dort. Okay. Okay. Gut, Leute. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Passt ja ganz gut hier. Gut. Dann, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Wo wir uns wieder mit Dani treffen. Bye, bye. 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 Vielen Dank.